Ich habe diese französische Spezialität kennengelernt, als ich zum ersten Mal in Frankreich zu einem Weihnachtsessen eingeladen war. Dort gab es Champagner, kannte ich, Austern, kannte ich auch und Foie gras. Das war mir neu. Die hellbraune Pastete sah aus wie Leberwurst und schmeckte eigentlich auch so, besser gesagt, wie ein Gemisch aus Leberwurst und Butter. Gar nicht so schlecht eigentlich, sagte ich mir und schmierte mir gleich ein zweites Brot. Die entsetzten Minen der Franzosen ließen mich innehalten. Hatte ich etwas falsch gemacht? Ja. Und so lernte ich, dass Foie gras nicht einfach aufs Brot geschmiert wird wie banale Leberwurst. Denn Foie gras ist etwas viel Feineres. Kleine feine Stücke kommen auf den Toast, ein paar Körnchen grobes Salz darüber und vielleicht noch ein Klecks Feigenmarmelade. Stimmt, schmeckt besser als Leberwurst. Leber, gras heißt fettig, Foie gras ist also eine Fettleber. Eine Leber, die fett geworden ist, weil man ihren Besitzer, eine Gans oder eine Ente, sozusagen zum Übergewicht gezwungen hat. Wie man das anstellt? Mit einem Trichter, beziehungsweise einem Schlauch. Das Tier wird so lange mit einem Gemisch aus Mais und Schweineschmalz vollgestopft, bis seine Leber verfettet ist, weswegen man zu Foie gras, auf Deutsch auch Stopfleber sagt. Dieses Verfahren ruft natürlich die Tierschützer aller Länder auf den Plan und verschafft den Franzosen ein Dilemma. Wenn Sie nun denken, die meisten Franzosen verdrängen einfach den Gedanken an die grausame Behandlung der Tiere, wenn sie am Jahresende ihren Foie gras genießen, dann haben sie völlig recht. Es schmeckt einfach so gut. Außerdem hängt ein ganzer Wirtschaftszweig davon ab. Die Franzosen produzieren im Schnitt 19.000 Tonnen pro Jahr. Das sind 100.000 Arbeitsplätze. Was soll denn aus all den französischen Produzenten werden, die für ungefähr 75 Prozent der Weltherstellung verantwortlich sind? Die haben es ja schon schwer genug mit den Vogelgrippe-Epidemien, von denen sie in den letzten zehn Jahren regelmäßig heimgesucht worden sind. Aber all das ficht die Tierschützer nicht an. Sie fordern das Verbot der Stopfleber. In Deutschland ist es übrigens schon so weit. Naja, fast. Es ist verboten, Foie gras herzustellen. Der Verzehr wird gebilligt, wie in den meisten anderen Ländern auch, bis auf Indien, wo Herstellung und Import gleichermaßen verboten sind. Die letzten unverbesserlichen Stopfleberproduzenten sind Belgien, Bulgarien, Rumänien, Spanien, Ungarn und eben Frankreich, wo man 2005 darauf kam, den Foie gras zum nationalen und gastronomischen Kulturerbe zu erklären. Dadurch ist er nämlich von den französischen Tierschutzgesetzen ausgenommen. Geniale Idee. Denn dass es die Europäische Kommission eines Tages wagen sollte, das gastronomische Kulturerbe der größten Feinschmeckernation der Welt abzuschaffen, ist wohl illusorisch. Es gäbe eine Revolution.